den werde ich löschen müssen warte mal warte mal warte mal warte mal ane hier mit dem express zu buffalo hat schon macht man alles klar hat der express zu mit einem wachmann das wäre doch hat er natürlich der vier express der hat keinen wachmann den wir natürlich einfach kaufen müssen wir haben hier noch den transport buchhalter buchhalter ist doch klingt doch vernünftig ein lustiger buchhalter schwört ungreimheiten angeboten von der lokomotik auf und den kauf bei so zehn prozent er meidet dominante das passt ja so wir haben ja genügend um asche ok nicht ganz und nur noch 100.000 haben heißt 400.000 im petto um um also diese stadt die ist echt am sinken wie keine ahnung wer keine sonst keine andere stadt natürlich keine nachfrage an baumwolle zufällige panzen natürlich immer großartig so aktuell läuft da noch alles rund deswegen speichere ich mal um es der februar ok um nehmann selber muss es ja je um 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 mit um reisen um 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 er ich wollte das zwar haben aber bitte die nächste gelegenheit kommt bestimmt die nächste gelegenheit wenn ich hier die gelegenheit auch wieder wegschnappen soll die in amerika 2 strich 4 strich 0 sie ebenfalls importierte lokomotive wurde stark für die anforderungen der amerikanischen schien der gleise angepasst dazu gehört die führungsachse mit kuhfänger und der einfache unterscheiden kohlebeschleunigung relativ cool aus 55.000 neue zufällige panne ich glaube wir werden mal ein bisschen moment warte wir gucken aber den aufgaben was wir noch haben soll die frage ist wo ist wussten jetzt hier moment am bolt charleston es heißt nicht und war das charlotte oder charleston charleston muss charleston charleston dürfte dann wahrscheinlich hier irgendwo sein toledo indianapol noxer charleston ist dort ein scheiß die wandern kann ich eigentlich in einer anderen stadt wo schon ein bahnhof steht da kann ich ich kann nicht die bögen gleise nutzen was natürlich richtig kacke ist heißt baltimore brauche ich mal ein bahnhof hin ob dieser bahnhof hier jemals profit bringt ob diese waren die jemals profit bringen das bezweifle ich nicht weil ich hier bin ach da war ja was schufe schufe und komm Ne, das wollte ich nicht. Ich wollte einen Letztpunkt entfernen Doch, die ist jetzt schnell Ja So, wir brauchen 800.000 Darauf sparen wir jetzt erstmal hin Einen Headhunter Oh, Lokführer Wenn du glaubst, ohne Headhunter ginge es nicht, dann bitte sehr Dann bitteschön Dann bitteschön hier, ich denke, ich meine Bilder eigentlich Das war wohl die Dinge, ich muss ihn aber an Nach 100 können, denn alles klar Ähm Ich kann mir da meinen, wir brauchen jetzt einfach eine Und hier hin So, Batz, aus, Ende Mit mir Mit mir Mit mir allein Diese Kacke zu kaufen, das ist einfach nur Oh Okay, ist natürlich, wir haben mitgeboten Aber Ja Neuer Erwerber, Wachmann Ich hoffe, ich hab nicht, äh, zu viele Wachmänner Ich hoffe, ich hab nicht, äh, zu viele Wachmänner Oh, oh Vielleicht schon Okay Okay Na, meint So, Forschung Üäh Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber dafür wären wir erstmal das älne und das vielleicht auch und so viele Sachen die man nehmen kann das ist eine Innovation verfügbar habe ich mir schon fast gedacht so das sind was Innovation was ja ich deine Züge laufen irgendwie nicht rund das könnte vielleicht daran liegen weil bei dir vier Züge auf dem selben Gleis durcheinander fahren hintereinander rein und so weiter es ist doch klar dass es dann bei dir besser läuft als bei mir meine Fresse oder ist doch wahr nicht dass ich mich jetzt beschweren will aber hilfi wenn ich mir hilf was hilf ich müsste mir wirklich hilfi oder hier ähm das hier kaufen damit ich ihm da ein bisschen ein Startgebot ok wir brauchen knapp 500.000 mindestens um und gerne aber ein bisschen eine Million weil ich will da viel Geld sehr viel Geld das ist jetzt erstmal das nächste Ziel allerdings klappen wir auch vielleicht weiter machen die Konkurrenz ein bisschen weiter machen die Konkurrenz ein bisschen abzukaufen ja nicht zu bremsen dann zwölf Wege läuft Marathon hohoho sehr schön das lädt sich mir doch gerne durch seidenschwider gewinnt ufrage New York hochzufrieden selten wurde ein und eine Stadt so gut versorgt wie New York in den letzten Monaten Unternehmen und Bürger dieser Stadt sind sich sicher dass dies eine guten Bahnverbindung durch Seidenschwider liegt und will dieses Eisenbahnunternehmen zum besten Transporteur als Geschäft kann sich freuen denn diese Auszeichnung wird mit Sicherheit die Profite beim Frachttransporten deutlich steigert ähm zufällige Farbe und so ähm zufällige Farbe und so ähm nicht desto trotz ne desto trotz dass es so gut läuft gerade werde ich jetzt hier nochmal speichern und ähm erst mal so gesehen für mich eine Pause machen äh für euch geht es wahrscheinlich relativ flüssig weiter oder auch nicht wir werden sehen vielleicht auch abrupt äh abrupter Übergang zum äh zur nächsten Aufnahme und zum nächsten Stream und so weiter und nächstes mal werden wir dann New York irgendwie versuchen auszubauen und noch jede Menge anderer Sachen freut mich dass ihr dabei wart im Stream und freut mich dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe ich sehe euch dann beim nächsten Mal wieder ich bin Franz Schlesko machts gut und bis zum nächsten Mal Tschüss b b b b b b b b b Bis zum nächsten Mal.